Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu einer neuen Folge von 5 Transfers für. Und heute blicken wir auf den 1. FC Nürnberg, die es ja mit einigen talentenden Spielern geschafft haben. Lange ein Aufstück mitzuspielen, am Ende hat man es noch nicht geschafft, aber es war trotzdem eine mehr als gute Saison. Es war ein 8er Tabellenplatz, mit dem konnte man nicht ganz so zufrieden sein. Top 6 war schon das Ziel, aber es waren auch nur ein, zwei Punkte bis dahin. Deswegen war das eine wirklich gute Saison. So, nächstes Jahr sollte es nicht so sein, denn ich finde, nächstes Jahr kann es eine sehr gute Saison werden. Da kann der Klub nämlich richtig angreifen und in der Entwicklung wäre das auch dann wieder der nächste Schritt, wie auch schon aktuell. Denn man hat schon gemerkt, das System Klaus und Nürnberg-Funk sind immer besser und jetzt geht es eben in dem nächsten Schritt weiter. Und es gibt ja auch wirklich gute Nachrichten. Der Trainer, eben Robert Klaus, hat verlängert. Mehrere Leistungsträger bleiben, wie zum Beispiel ein Team Handwerker. Aber natürlich gibt es auch einen schmerzhaften Abgang. Das ist der von Tom Kraus. Aber ich denke mal, weil es auch der Einzige ist, der wirklich böse ist, kann man das schon auffangen. Daneben gehen ja Spieler wie Dovedan, auch nicht so ein schlechter Mann, weil er einfach unglaublich flexibel ist. Und zudem noch Knote, Klandt und Borkowski. Zudem hat er aber auch schon weitere Neuzugänge geholt und das sind Erik Weckeser, Manuel Winser, wie auch Talent Sean Blum, die als erste Neuzugänge schon feststehen. Im Sommer wird es damit auch keinen wirklich großen Umbruch geben. Wahrscheinlich auch gar nicht mal so viele weitere Neuzugänge. Ich habe aber trotzdem mal fünf Spieler rausgesucht. Die Nürnberg zum einen super weiterhelfen würden, aber auch die nächste Aufstiegsmission nochmal erfolgreicher gestalten können. Denn so kann der Aufstieg dann auch gelingen. Im Tor haben wir ja schon das fertige Torhüter-Trio mit Christian Martenia, Klaus und Reichert, der aus der Jugend hochgezogen wird. Und auch in der Viererkette haben wir mit Erik Weckeser einen wirklich sehr, sehr guten Spieler hinzugeholt, der die ganze linke Seite beackern kann. Meiner Meinung nach würde aber auch noch ein weiterer Spieler guttun, der polyvalent im Defensivbereich einsetzbar ist. Am besten als Innenverteidiger, rechter Verteidiger, aber auch als Sechser. Und genau das kann Michael Akoto, der zum einen von DT Hacking wohl schon mal beobachtet wurde und zum anderen auch günstig zu haben ist. Zuletzt hatte der FCN kaum Geld für Transfers ausgegeben. Diesen Sommer bislang nur ablösefreie Spieler geholt. Letzten Sommer genauso. Akoto würde ein bisschen was kosten, aber doch gerade am Markt von 350.000 Euro. Also ohnehin günstig. Sein Vertrag läuft zudem nur noch ein weiteres Jahr. Und Dynamo Dresden, sein Klub ist ja auch noch abgestiegen. Möglicherweise gibt es ja gar keinen Vertrag für ihn. Gibt es ja manche Klauseln, dann wäre er sogar ablösefrei zu haben. Aber zumindest ist er günstig zu haben. Und damit haben wir dann einen sehr, sehr flexiblen Abwehrspieler. Und mit 24 Jahren bringt er uns immer noch Potenzial mit sich weiterzuentwickeln. 29 Spiele unterstreichen auch zudem, dass Akoto für einen Zweitligisten eine wirklich super Lösung ist. Und natürlich vor allen Dingen aufgrund seiner unglaublichen Flexibilität. Die Abwehr haben wir damit schon mal perfekt aufgestellt. Man hat damit einen richtig guten Konkurrenzkampf. Diesen braucht man aber auch im zentralen Mittelfeld, wo Tom Kraus als Stammspieler gehen wird. Die RB-Leihgabe sieht sich ja im nächsten Jahr in der Bundesliga. Je nach System, 4-2-3-1, 4-3-3 oder eben auch wieder das mit Raute, hat man zwar schon relativ viele Spieler für die Position, aber ein ähnlicher Spielertyp wie Kraus kann auf jeden Fall nicht schaden. Da ich hier von einem Abgang von Leihspieler Adam Schirin ausgehe und damit noch ein bisschen Geld fließen wird, würde ich das wiederum in Toni Domjoni investieren. Der Schweiz-Kosovare kommt bei Vitesse Arnheim nicht über die Reservistenrolle hinaus. Mit 23 Jahren ist er aber bereits ein fertiger Spieler für die 2. Liga mit weiterem Potenzial nach oben. Und Domjoni bringt ähnliche Skills mit wie Kraus. Er hat eine wirklich gute Defensivarbeit, ein starkes Dribbling und zudem ein gutes Paket aus Tempo, Durchsetzungfähigkeit und fußballerischer Klasse. Für eine Summe von rund einer Million oder möglicherweise sogar per Laie mit Kaufoption ist Domjoni sicherlich zu haben und eine super Verpflichtung für Nürnbergs Mittelfeldzentrale. Was natürlich jetzt in der Transferplanung noch fehlt, ist ein neuer Stürmer, denn der soll sicherlich noch kommen. Da ich aber so nicht auf 5 Transfers komme, habe ich nochmal kurz geguckt, was würde Nürnbergs Gardner noch ganz gut tun, neben einem neuen Stürmer, einem neuen Sechser und möglicherweise einem flexiblen Abwehrspieler. Und da bin ich auf die Position von Dorodan gestoßen, der gehen wird und offensiv sehr flexibel einherzbar ist. Sprich, ich habe mir gedacht, wenn es die Option gibt, die nicht zwingend notwendig ist, aber wenn es die Option gibt, genau so einen Spielertypen zu bekommen, dann sollte man das machen. Und da habe ich nämlich einen super interessanten Jungspieler gefunden und das ist Merlin Röhl. Der junge 10er-Vermain FC Ingolstadt hat eine wirklich gute erste Zweitligasaison gespielt, zuvor ja noch gar nicht in der zweiten Liga mit dabei gewesen, auch wenn natürlich sein Verein direkt wieder abgestiegen ist. Meiner Meinung nach bringt der 19er-Jahr aber jedoch auch schon das Zeug mit, auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Sein Vertrags-Ende-2023 natürlich zudem noch bei einem möglichen Abschied. Der deutsche U20-Nationalspieler ist extrem laufstark, bringt eine gute und enge Ballführung mit und schafft es auch immer wieder, die Stürmer in Szene zu setzen. Durch das ein Attribut, was für Nürnbergs Offensivspiel wichtig sein wird. Aber noch einmal, ein neuer 10er ist nicht zwingend notwendig, weil auch den Abgang von Dorodan kann man intern auffangen und wahrscheinlich wird auch nichts passieren. Aber wenn dann doch nochmal was nötig sein, dann wird man doch nochmal Versteckung holen möchte, dann wäre man mit Merlin Röhl richtig gut vorbereitet. Blicken wir aber nun in den Offensivbereich nochmal einen Ticken weiter nach vorne und da muss für mich ein neuer Stürmer kommen. Da wie gesagt bei Nürnberg generell nicht viel passieren wird, habe ich mir mal erlaubt, zwei Passestürmer vorzuschlagen, damit wir auf fünf Transfers kommen, von denen aber logischerweise auch nur einer in Summe kommen soll, weil wir brauchen ja nicht zwei, einer reicht auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es erstmal zwei grundsätzliche Fragen. Die eine ist, wer ist eigentlich nächstes Jahr noch da? Lohkemper könnte wohl gehen, könnte aber auch bleiben, war lange Zeit verletzt. Köpke und Schuranov werden sicherlich bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Und Schäffler kann gehen. Ob er geht, ist halt die große Frage. Die zweite grundsätzliche Frage ist, welcher Stürmertyp denn eigentlich verlangt ist? Also wen braucht man, wen möchte man für die Offensivzentrale haben? Entweder natürlich ein Stoßstürmer, der mit Flanken und Pässen gefüttert werden muss, aber dadurch auch Tore machen kann, oder dann doch eher ein Typen, zwingend eine zweite Spitze, die halt dann vor allen Dingen über Pressing, Anlaufverhalten und Räume schaffen kommt. Meiner Meinung nach braucht es eher Variante 2, denn mit Erik Schuranov als Beispiel hat man bereits einen Stürmer, der eher als Abschlussstürmer funktionieren kann. Jemand, der dann sehr gut ins Bollestürmer passt und auch schwanger wurde, ist natürlich Guido Burgstaller. Eine Rückkehr zum FCN ist zum einen wahrscheinlich für beide eine Option, wie man hört, Burgi kann es sich vorstellen, Nürnberg aber auch. Klar ist aber natürlich, dass man finanziell im Gesamtpaket ausgehalt und ablose Summe schon durchaus an die Schmerzgrenze gehen muss, vor allen Dingen für sein Alter. Er ist halt auch schon 33 Jahre alt. Aber bei St. Pauli ist er nochmal aufgeblüht. Auch diese Saison machte er einen tollen Job. Er hat 18 Tore gemacht und sieben weitere aufgelegt. Das ist schon eine echt richtig gute Quote. Der Österreicher ist aber nicht mehr nur dieser typische Pressingstürmer, den wir ja alle noch kennen. Auch er lebt mittlerweile davon, von anderen gefüttert zu werden und selber Tore zu machen. Also er bringt jetzt sogar beides mit. Und deswegen ist das ein extrem tolles Gesamtpaket. Er kennt den Klub, er kennt, was man braucht, um einfach da erfolgreich zu sein und kann auch deswegen natürlich Nürnberg direkt weiterhelfen. Klappt es aber nicht mit einer Burgstaller Rückkehr und auch ein Daff Ferner, der ergarnelt wird, wäre kein Kandidat, weil er halt eher Richtung Stuhlstürmer geht, habe ich jemanden gefunden, der neben Schuranov richtig gut funktionieren kann. Und das ist Mats Sointjens. Der 30-jährige Spielpapfondner Sittert in der Ehredevise und ist für circa eine Million zu haben. So ungefähr müsste sich es in dem Bereich bewegen. Sointjens ist dem Sturm dort gesetzt, hat in der abgelaufenen Sorte neun Tore gemacht und vier weitere aufgelegt. Das klingt jetzt erstmal nicht überragend oder dass er die Liga zerschossen hat, aber es sind vor allen Dingen seine Skills, die ihn so interessant machen. Er ist temporeich, trotzdem physisch unglaublich stark. Er ist extrem gut im Kombinationsspieler, aber auch sehr gut im Abschluss. Also er kann eigentlich alles. Und das ist für mich ein extrem spannendes Gesamtpaket. Wenn es eben in Burgstall nicht klappen sollte, Sointjens ist nämlich genau der Spielertyp, der unglaublich helfen würde. Also bei Nürnberg ist es wieder ein sehr spannendes Transferfenster. Es wird sicherlich noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Transfers geben. Aber grundsätzlich steht die Mannschaft und das macht die ganze Geschichte so spannend, weil genau das kann ein großer Vorteil sein in der kommenden Saison. Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen in der Theorie. Wie könnte es dann aussehen? Wo würde der und der spielen? Jetzt blicken wir mal auf die Praxis, wie der Nürnbergs 1. Elf aussehen wird. Und das würde folgendermaßen aussehen. Ich bin davon ausgegangen, dass eine Doppelspitze am besten eigentlich geeignet ist für den Kader. Deswegen wieder das 4-4-2 mit Raute, ein 4-3-1-2-System, was ja auch Robert Klaus sehr oft hat spielen lassen. Zum Ende war es ja dann eher das 4-2-3-1. Aber ich kann mir das schon wirklich sehr gut erst einmal vorstellen. Aber generell ist das Gute bei dem Kader, du kannst sehr, sehr flexibel agieren. Blicken wir mal auf das System. Wir hatten Marteni als Paar Nummer 1, Klaus als Nummer 2. Das passt wunderbar. Viererkette würde in der Spitze erstmal so bleiben wie zuletzt. Fischer, der mir gut gefallen hat und auch Valentini auf die Banken verdrängt hat. Sören sind Schindler und Handwerker. Der Hinterpann aber richtig gute Alternativen. Eben zum einen Valentini und vor allen Dingen Michael Akoto, der hält die defensiv unglaublich viel geben kann. Mit Hübner ein Backup, der genauso gut starten könnte. Mit Suva zumindest eine weitere Alternative. Mal gucken, wie gut er am Ende sein wird. Aber auch da wäre ja Akoto durchaus noch möglich als weiterer Backup. Auf links hast du halt zwei potenzielle Stammspieler, weil auch Erik Weckesser finde ich einen unglaublich starken Transfer. In dem System könnte er auch eigentlich auf dieser Halbposition im Mittelfeld spielen. Links ist er sogar mal Stürmer gewesen. Also mit dem kannst du alles machen. Auf der 6 wäre dann Dom Joni gesetzt. Johannes Geis als sozusagen sein Backup, wenn man das so sagen möchte. Tempelmann und Nürnberger wären weiterhin ganz klar gesetzt und könnten in dem System auch sehr, sehr gut funktionieren wieder, weil sie halt eine gewisse Mischung aus offensiver Kreativität, aber auch defensiver Stabilität benötigen. Mit Dumann und Kasper Popper hat man da zwei sehr spannende junge Spieler noch daneben. Meladelhi natürlich auf der 10 ganz klar gesetzt. Mit Röhl hätte man dann eben sozusagen ein doofer Nachfolger, der dir offensiv viele Varianten geben wird. Und die Doppelspitze wäre halt dann Schuranov und Burgstaller, was finde ich sehr, sehr spannend ist. Klar, Erik Schuranov hatte auch einen Formtief, wurde er sogar mal in die Jugend zurückverfrachtet. Aber er ist dann auch noch ein unglaublich junger Spieler. Der braucht ein bisschen was. Und wenn daneben einer wie Burgstaller spielt, kann ihm das glaube ich schon sehr helfen. Noch einmal, sollte Burgi nicht kommen, würde ich jetzt hier Säutchen zähnstellen. Aber ich habe ja gesagt, in der ersten Elf sehen wir dann wirklich nur ein, weil zwei werden ja nicht kommen. Mit Witzermann hast du auf jeden Fall noch einen richtig guten Transfer getätigt, finde ich, der als hängende Spitze meiner Meinung nach am besten funktionieren kann, wodurch eben das Thema Doppelspitze sehr gut funktionieren wird. Und dann hast du halt noch Pascal Köpke. Du hast natürlich noch einen Schleimer, den ich jetzt hier mal als zweite Spitze genannt habe, der zuletzt eher als links außen zum Einheitskam. Und man sieht dann schon, meiner Meinung nach, dass der Kader noch mal mehr hermacht als in der aktuellen Saison, obwohl man eben Kraus, Doverdann und Co. abgegeben hat. Aber mit diesen Verstärkungen hast du extrem viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, systemtechnisch kannst du damit nahezu alle spielen, sogar eine Dreierkette. In Nürnberg war ja eigentlich das klare Ziel in der aktuellen Saison, Top 6, damit sind wir zufrieden. Klar ist natürlich auch, wenn du lange Zeit im Aufstiegsrennen mit dabei bist, steigen die Erwartungen. Und somit kann man sagen, trotz des verpassten Aufstieges bleibt der Kader echt gut zusammen und es gehen kaum Leistungsträger. Das war ja schon mal anders. Und genau das kann dem nächsten Jahr unglaublich helfen. Tom Kraus muss aber natürlich ersetzt werden und auch ein neuer Stürmer wird benötigt. Meine weiteren Vorschläge wie Akoto oder Röhl würden die Qualität in der Breite noch mal deutlich erhöhen und auch den Kader flexibler machen. Zwingend notwendig sind sie aber nicht. Aber wenn man solche Spieler günstig bekommen kann, würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Und jetzt seid am Ende noch ihr gefragt, welcher meiner 5 Transfer-Vorschläge passt am besten zum FCN? Wo muss nachgelegt werden? Welcher Spieler kann aber auch noch eine Möglichkeit sein, die ich gar nicht benannt habe, den ihr auf dem Zettel habt? Das könnt ihr auch mal sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Genauso weitere Vorschläge für 5 Transfers, welcher Verein soll noch untersucht werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.